Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir haben uns hier bis zu dieser Stelle durchgekämpft. Haben hier gerade letztes Mal zwei Typen noch platt gemacht. Und guck mal, was uns jetzt hier erwartet. Da liegt was. Oh, göttlicher Segen. Ah, göttlicher Segen, den könnten wir jetzt vielleicht gebrauchen. Weil wir haben noch einen normalen Lehmstein. Und zwei schimmernde Lehmsteine. Aber göttlicher Segen haben wir auch dreimal. Gut, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir keinen Status haben. 4356 Seelen. Jetzt wird's langsam auch schon wieder seelenkritisch. Da ist einer. Das geht. Ich zieh mir mal schön in die Mitte. Eins, zwei, drei. Einschlag. Eins, zwei, drei. Einschlag. Eins, zwei, drei. Einschlag. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Geburstener blauer Augapfel. Und da kommt wieder so ein Teil. Ich glaube, wir fahren dann am Ende, fahren wir die Brücke hier runter. Kann das sein? Weiß nicht. Wir stehen ja hier komplett im Wasser. Ich frage mich, wie wir hier hingekommen sind. Wir sind doch gerade da rausgekommen. Hm. Seltsam. Okay. Nachricht lesen. Bereit. Äh. Wofür? Bin ich bereit? Wofür weiß ich das nicht? Blaue Kathedrale. Alter, schimmernder Lebenstein. Versuch irgendwas. Vorsicht vor Feind. Vorsicht vor Schweif. Versuch Duo. Menschlich machen. Ich glaube, hier kommt ein Boss. Ist das eine Kiste? Jo. Ring des Bindens und Menschenbild. Fünfmal. Okay. Das heißt doch bestimmt, benutze auch ein Menschenbild. So. Wir haben keine Flakons mehr. Insofern gehen wir jetzt zurück. Versuchen das Ganze mal als Mensch. und möglichst wenige Flakons benutzen. Achso, da geht's ja auch noch lang. Na komm, dann machen wir da den noch eben weg. Das werden wir wohl schaffen. Was? Warum mach ich hier manchmal 120 und manchmal 180, knapp. Einmal noch. So. So. Schon wieder ein Rücken. Apfel. Was? Schon wieder so ein Schalter, der gehört. Ach, hier ist noch einer. Okay. Da ist jetzt wieder was. Da ist auch ein Nebel, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da unten ist noch eine Kiste. Da ist wieder so ein Schwerttyp. Komm schon, den schaffe ich noch. Ich kann nur hoffen, dass durch die Schalter jetzt Gegner weg sind. Bitte lass jetzt ein paar von den Gegnern weg sein. Ich will die Seelen zurück. Ich will die Schalter nochmal mit dem Weg weg. Ich will die Schalter weg. Ich will die Schalter weg, sag. Ich weiß nicht, was er stark. Ich werde das für ein Schotter weg. Mach keinen Scheiß, Goldebel. Oh, alter Ritterhelm. Wieso gehe ich eigentlich immer hier rein? Wow. Oh. Ich bin jetzt auf 79, da komme ich auf 85. Dann werde ich träge, ne? Ja. Dann werde ich gleich ein bisschen was in Belastung geben. Renne ich durch, hole die Seelen und renne zurück. Ja. 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 Die sind ja tatsächlich alle wieder da, aber ich kann noch nächstes mal einfach durch rennen, also zwei Nebel, zu denen ich rennen kann, aber jetzt geht es erstmal zurück nach Majula, wenn wir noch was zum Verbrennen, wo das, können wir es verbrennen, Illerknochenstaub, ja, die Kraft hat den Estosflakon gestärkt, ja, sehr gut, okay, okay, aufsteigen, wie ist denn unsere Belastung, die Frage ist, wo sehe ich das, da kann ich das sehen, ne, da unten, so, 47, aber auf 9, wie ist das denn, Moment, wenn ich jetzt das, die Waffe hier rausnehmen, ach ja, genau, alles, was ich hier angelegt habe, zählt ja auch dazu, sogar Ringe machen Belastung, krass, die Helle Bade ist heftig schwer, sehe ich gerade, 6, so, jetzt bin ich auf 81, muss auf 79, runter, den Bogen, ja, so hätte ich es, aber den Bogen hätte ich schon gerne hier in der Hand, müsste ich jetzt jedes Mal sonst wechseln, ja, 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 jetzt gehen wir mal ein auf Belastung, und gucken wir mal, ob das reicht, ja, das reicht, so, was erhöhen wir dann noch, wir würden, wir haben das alte Ritterschwert ja noch, noch zwei auf Stärke geben, oder wir versuchen, wie gesagt, mal mit Intelligenz zu gehen, schauen mal jetzt, ist die Frage, ich glaube, nein, jetzt erst nochmal auf Stärke, weil wir bräuchten ja noch Seelen, um das zu kaufen, wir hätten noch niemanden Zauberstab, okay, so, haben wir noch, ja, haben wir noch, was haben wir denn da, Bestandoren und Toten, namenlosen Soldaten, 2000, 800, so, die Verbrauchung, zum Aufstieg brauchen wir jetzt 1770, blöd, weil, haben wir noch eine Scherbe, nein, weil, wir haben jetzt nur noch eine 200er Seele hier, ne, das heißt, es fehlt uns noch ein paar Punkte, da, die Farmer meint, ansonsten wäre das zu schade, wir gehen einfach hier hin, nach ein paar von den Billiggegnern weg, ups, sollte schon die richtige Waffe die Hand nehmen, ne, was ist jetzt los hier, hm? hier mache ich bei denen so wenig Schaden, Okay. 1760 waren das doch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Machen wir noch ein Level up, machen wir uns dann zu Menschen und rennen dann durch. Guck, ob das funktioniert. Zehn Stück. Aufsteigen. Noch ein, auch Stärke. Schick. Nein, die Stärke. Die Stärke. Stärke ist gut. Oder? Bisschen auf Leben. Nein, ich möchte gerne erst auf die 25 kommen. So. Okay, menschlich sinnvoll. Dann auch zum Turm. Wir haben erst rechts oder erst links. Ich würde ja sagen, wir gehen erst links. So. Schauen wir mal, ob das hier einen großen Unterschied macht. Ich seh nicht. Machen wir mit unserem normalen Angriff genauso zusammen. Ein mehr. So, wir kriegen dann langsam TP zurück. Habe ich ja ganz vergessen. So. Der Typ da oben steht auch noch. Ja, was machen. Du kannst da stehen bleiben. Okay. Der Typ da oben steht. Das war ja letztes Mal genauso. Aber ich bin zurückgelaufen. Nein, ich stand hier. Und dann ist einer wieder zurückgegangen. Nee, diesmal nicht. Also, komm. Durch. Die sind so lahm. Gehen wir erst rechts. Da kommt nur ein Gegner. Wieso rennt der jetzt so schnell? Gehen wir erst mal in die Kiste, wa? Grüne Blüte. Grüne Blüte. So viel zum Thema eben wegmachen. Wir sind doch menschlich, oder? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Na, wir sind menschlich. Wir sind menschlich. Nachricht. Verbündete. Ja, hätte ich gerne einen Verbündeten. Aus voraus. Deshalb Hebel wird benötigt. Aha. Da haben wir gemacht. Können wir jetzt hier so ein Symbol machen. Und jemanden rufen, der uns hilft. Weil ich möchte jetzt ehrlich gesagt hier nicht sterben. Dann ist Ruf-Symbol. Dann ist Ruf-Symbol. Können wir nicht benutzen. Den PC haben wir ja auch nicht. Hm. Ja, dann. Müssen wir uns das doch einfach mal anschauen. Dann ist Ruf-Symbol. Oh, 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 oh. Was hast du denn für eine Reichweite? Autsch. Okay. Okay, okay, okay. gut, bevor wir uns das nächste Mal da hochwagen machen wir erstmal wieder einen Cut diesmal ein klein bisschen näher aber dann versuchen wir in der nächsten Folge den Boss nochmal und vielleicht sollten wir mal doch das andere Schwert nutzen oder so, aber das werden wir dann sehen bis dann, tschüss